Startposition Schlägerkopf nach oben, stehe hüftbreit parallel zum Netz und die Füße zeigen nach vorne. Führe den Schlägerkopf maximal bis Ohrhöhe zurück. Bewege den Schläger nach vorne leicht abwärts. Treffpunkt Seitlich vor dem Körper, Schlägerspitze zeigt nach oben rechts und die Schlägerfläche leicht nach oben geöffnet. Die linke Hand zeigt Richtung Treffpunkt. Wieder zurück in die Startposition. Schaue bis zum Treffpunkt immer auf den Ball. Treffpunkt Stabiles Handgelenk und Ellbogen vor dem Körper Stabiles Handgelenkopf Stabiles Handgelenkopf Stabiles Handgelenkopf Stabiles Handgelenkopf Trainingsf centimeters Station 문 books über das Netz. Ziele auf die Füße des Werfers. Wie viele Volleys schaffst du hintereinander ohne Fehler? Mehr als fünf? Na dann geht's weiter!